Offene Geschichte – Geschichte selber denken Schau mit uns in eine spannende Vergangenheit. Sie steckt voller extremer Situationen, in denen für die Menschen alles auf dem Spiel stand. Auf offene-geschichte.de stellst du die Fragen. Du hast die Freiheit, Geschichte selbst zu denken. In einer Notlage müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, manchmal über Leben und Tod. Erfahre, wie die Geschichte auch hätte anders verlaufen können. Die Zukunft war damals offen. Was wäre passiert, hätten sich die Menschen damals anders entschieden. Schau dir an, wie die Menschen im Mittelalter gegen die Pest gekämpft haben, wie die Wiener die Belagerung ihrer Stadt abwenden konnten oder wie Vertuschung und miserables Krisenmanagement zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl geführt haben. In jedem Modul erwarten dich mehrere Bausteine. Mit Hilfe von Bildern, Videos, Zeitungsartikeln und Briefen wird die Vergangenheit zur offenen Geschichte. Du entscheidest dich für Aufgaben und stellst Fragen. Du gehst deine eigenen Wege. Wenn du mal nicht weiterkommst, geben wir dir Hinweise und kleine Hilfen. Du entscheidest, ob du sie aufrufen möchtest oder nicht. Entdecke deinen Weg und trau dich, Geschichte selbst zu denken auf offenegeschichte.de Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!